beziehungs coach und so weiter und so fort ja wir haben heute eine sehr spannende mail also eine update sozusagen das finde ich ja immer ganz cool eigentlich und ja also das war ich praktisch auch noch mal drunter eine person die sah sich selber hatte die diagnose high functioning borderline was ja also borderline gibt es natürlich über high functioning borderline ist ja eine von diesen hilfsdiagnosen wie so verdeckter narzissmus und solche sachen lassen wir einfach mal so stehen auf jeden fall sah sie sich mit einem desorganisierten bindungsstil also bindungs- und verlustängstlich und die vorgeschichte war macht auch therapie und alles dass sie jemanden kennengelernt hat auf tinder sie hat die ganze dating arbeit gemacht und ja hat ihn dann also nach eigener auskunft also sie war sozusagen was ich mal sage müssen ein minuspol also hat ihn so herangeholt weggeschoben hat sie aber gesagt sie hatte ihn ganz schön gegessleitet und so weiter und oder zumindest angezogen zurückgestoßen und sich also wenn man so will ein bisschen toxisch verhalten und er wäre derjenige gewesen mit so einem helfer syndrom aber auch vielen problemen und letztendlich hat er dann keinen bock mehr gehabt die sind auf null kontakt gekommen gegangen dann ist sie in die verlustangst gefallen hat er sich wieder gemeldet und letzte stand war dass sie dann so eine art freundschaft plus hatten und das ist jetzt fast zwei jahre her und jetzt kommt die update mail ist ja interessant was da so passiert ist ja hallo christian update zu high functioning borderline vor circa zwei jahren hast du meine beziehungssituation einem video näher beleuchtet ich würde gerne noch mal berichten wie es weiter ging und wäre dankbar abschließend mal deine meinung zu hören ich bin damals seinem rat gefolgt habe reinen tisch gemacht meine fehler offengelegt und mich aufrichtig entschuldigt weil ich wirklich ernstes interesse an ihm entwickelt hatte nachdem ich nun also verfügbar war blieb der erhoffte ritt in den sonnenuntergang allerdings aus ok aber es trotz wird noch viele wendungen neben dem email ja plötzlich war erst der weglied ja das ist ja was was immer wieder also was ich wirklich das ich meine ich mache schon ganz lange diese arbeit was ich immer krasser finde das ok auch von mir teilweise dass man sich selbst so als so so verlustängstlich sieht und plus bolig und der retter und co abhängig und dann sagte anderer plötzlich hier bin ich da jetzt kannst du mich haben und dann wird der vorher plus polige mensch auf einmal erstaunlich minuspolig und ist gar nicht so begeistert weil das ist wirklich so ein game changer man versteht dass es um echte nähe geht dass eigentlich beide teile in so einer plus minus beziehung verhindern dass es zu echter nähe kommt und wenn der eine plötzlich sagt ja ich bin jetzt dafür näher dann geht der andere plötzlich auf distanz super spannend super spannend von lassen wir es mal langsam angehen und schauen was die zukunft bringt bis hin zu ich möchte zurzeit generell keine beziehung es hat nichts persönlich mit dir zu tun weil es dabei vor mir tat sich damals ein riesen loch auf achtung jetzt ein bisschen trigger warnung weil es genau das war was ich seit jahren versucht hat zu verhindern indem ich mich erst gar nicht emotional auf jemanden eingelassen hatte trotz meiner therapie bin ich damals ziemlich zusammengebrochen hier aus einem vulkan ist alles nach oben gedrängt über monate ging es mir nicht gut und ich litt unter diversen psychischen problemen die wir jetzt mal glaube ich nicht weiter hier genau beschreiben müssen und genau so es war also irgendwann an mir anzusehen dass es mir nicht gut ging auch mit körperlichen beschwerden trotzdem versuche ich alles zu verheimlichen machte gute mine zum bösen spiel wir trafen uns alle paar wochen zum hallenheimer und waren nur freunde aber ihn dazu zu kriegen doch noch eine beziehung mit mir einzugehen wurde quasi mein ganzer lebensinhalt also weiterhin extrem würde ich jetzt sagen toxisch aber naja vielleicht jetzt mit vertauschen rollen aber es macht es nicht besser ich schämte mich enorm weil ich mich komplett darüber bewusst war dass ich genau das ging davon tue was ich bei liebe ship gelernt hatte wie ein junkie der sich gerade die nadel setzt meine selbstachtung war nicht mehr auffindbar zeitweise wurde ich dann aber auch wüten und war gekränkt trotzig wie ein kind ich traf mich mit anderen männern trotz exklusivitäts absprache und provozierte absichtlich streit es hat wirklich einige wochen in therapie sitzung gebraucht bis ich wieder meine kraft kam und es schaffte klar meinen standard zum deal breaker geltend zu machen erfreut mich erst mal so durchgängig für dich weiterbringende therapeutische unterstützung hattest ich sagte ihm dass für mich nichts anderes als eine komplizierte beziehung in frage kommt und brach den kontakt ab auch da das wieder geholfen mit den chance und die rager long story short vielleicht bin ich die putzfrau der cousine des nachbarns in bulgarien aber wir haben uns nach kurzer funkstelle tatsächlich doch noch geschafft eine stabile beziehung auf die beine zu stellen ja aber auch da wofür waren wieder chance und die rager notwendig aber ja ich muss zugeben dass es sehr wie man jetzt auch hier hier sieht sehr toxisch zuging und ihr jetzt sagt was ich ja ja was ich denke was extremst selten ist beziehungsweise ich jetzt so im real life noch nicht gesehen habe tatsächlich kriegt man es jemals wieder auf eine stabile runde ich würde das auch gerne müssen euch überlassen das zu verarbeiten oder ob ihr sagt ja das ist ein gelungenes ziel von so einer beziehung die doch lange sehr ja krass verlustsängstlich bindungsängstlich ja muss man schon sagen auch irgendwo wenn man sieht wie es dir dagegen toxisch verlaufen ist es ist das ein legitimes ziel wir müssen euch überlassen aber ich denke das denke ich auch meine ja meine chronistenpflicht hier auch so was mal vorzulesen so seit ungefähr einem jahr läuft alles echt gut wieder meine erwartung hat sich keine der beiden dynamiken fortgesetzt nun sind wir also in den sonnenuntergang geritten aber ich merke hin und wieder dass mich unsere historie nicht wirklich loslässt der blick zurück ist vielleicht gerade nicht sinnvoll aber ich spüre diese großen schatten hinter uns noch oft sehr er übrigens nicht ich habe schon mal darauf angesprochen und laut ihm ist alles in butter meine therapie ist also abgeschlossen und ich fühle mich stabil also muss die katze mal ganz rausschmeißen oder die braucht ihren eigenen laptop so oftmals es wird mir doch hier sehr schwer bei diese an diese zeiten zu denken und darüber zu schreiben oder zu sprechen oftmals bin ich schon bei kleinigkeiten getriggert und kränkung angst und wut kommen wieder hoch es ist habt ihr auch so viele tiere zu hause es ist wirklich also fällt mir sehr schwer an diese zeiten zu denken darüber zu schreiben und zu sprechen oftmals bin ich schon bei kleinigkeiten getriggert und die kränkung angst und wut kommen wieder hoch das ist einfach mal so stehen er wollte mich lange zeit nicht haben und die beziehung jetzt kann das irgendwie nicht wieder gut machen wenn er nach der arbeit mal gestresst ist oder normale alterskonflikt aufkommt werde ich das schnell als persönlichen angriff oder zeichen dafür dass er die beziehung doch nicht möchte ich bin generell sehr misstrauisch unserer beziehung gegenüber und suche den haken denke oft dass bei uns das universum aber beide augen fest zugedrückt haben muss ich habe eigentlich schon das gefühl dass ich die nähe aushalten kann und dass sie mir gut tut aber es wäre bestimmt einfacher anzunehmen wenn davor nicht so furchtbar viel schief gelaufen wäre manchmal denke ich mir dann auch dass es einfacher wäre mit jemand anderem eine beziehung zu führen die weniger ballast aus der vergangenheit rumschleppt obwohl es gerade super gut läuft und ich ihn sehr liebe vielleicht ist es ein gutes beispiel dafür dass es nicht so vorteilhaft ist toxische beziehungen zu retten das ist wirklich spannend dass diese nette dame das sagt obwohl sie gerade eigentlich das erlebt was sich doch jeder wünscht dass es irgendwie auf ein guten gutes gleich kommt oder ist das unterbewusst doch noch eine art bindungsangst die mich so denken lässt um mich aus der beziehung zu binden würde mich interessieren was du dazu sagst ja ist natürlich immer schwierig aus so mails zu sagen also ich kann nur sagen ich wünsche euch wirklich von herzen nur das beste wäre ich jedem der hier schreibt und also freue ich mich erstmal für euch dass ihr mit viel unterstützung ja das ist auf jeden fall ein ruhigeres fahrwasser gekommen ist und was hier ja auch aller regel hier passiert irgendwas was in aller regel nicht passiert dass derjenige der minuspolis ja hammerhart therapie macht und an sich arbeitet und und ja wirklich herzlichen glückwunsch was du da erreicht hast ich glaube das kann man gar nicht hoch genug hängen und ich denke ich denke es ist genau das was du hier schreibst ich glaube nicht dass es jetzt noch irgendwie ein layer gibt den du nicht beachtest was ja auch nicht was andere dazu sagen in deinem umfeld aber ich denke es ist genau das was du hier schreibst es ist ihr habt halt trotzdem diese sachen erlebt und du hast mit diesem partner eben auch viel drama und schmerz abgespeichert und es kann natürlich sein dass es über die zeit jetzt weniger wird was das einzige was mich so ein bisschen aufhorchen lässt ist dieses dass man so schnell getriggert ist das ist natürlich hängt natürlich auch viel mit dieser eurer beziehungshistorie hier zusammen in dieser speziellen beziehung und ja also würde ich wirklich sehr bitten da vielleicht im jahr noch mal zu schreiben wie das so weitergeht ob das jetzt eine beziehung ist wie du sie haben möchtest das muss letztlich du entscheiden also ob oder ob dich das zu sehr verträgert ich persönlich sage ich ganz ehrlich so im allgemeinen das kann man jetzt ich meine wie gesagt wenn ihr euch liebt und glücklich seid jetzt ist ja alles gut allgemein wird wirklich immer sagen es ist besser also jetzt nicht an dem punkt wo ich muss das jetzt wirklich noch mal ganz neu entscheiden aber so wenn man da so drin hängt und es läuft wirklich monatelang schlecht und du hast ja auch wirklich ich habe das jetzt auch gar nicht alles vorgelesen ging es wirklich richtig schlecht richtig 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 schlecht auch körperlich und würde ich immer raten das zu beenden und lieber neu anzufangen sage ich ganz ehrlich so weil ich glaube ja also das ist wirklich mein durchgängiger rat seit jahren würde ich immer wieder sagen aber was sagt ihr zuschauer zuschauerinnen dazu ja also ich ich denke du musst dir das angucken und ich würde es also du musst es jetzt nicht ewig weitermachen wenn du das gefühl hast es irgendwie ist es zwar jetzt nicht mehr toxisch so richtig selbst das muss man mal gucken weil dieses ob dieses trägern wirklich weniger wird oder mehr wird wieder keine ahnung will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen also ich denke das musst du entscheiden musst dir entscheiden aber solltest jetzt nicht sagen ich muss da jetzt ewig drin bleiben weil wir das jetzt hier so einigermaßen auf eine vernünftige Spur gekriegt kann kann durchaus sein dass du in einer neuen beziehung da noch ein level weiter gehst andererseits wäre eine neue beziehung aber auch wieder ein risiko für für stress dass alte wunden aufgerissen werden das muss man natürlich auch ganz klar sagen aber ich stelle mir das schwer vor wenn es so viele träger aus der vergangenheit gibt stelle ich also ich kann diese probleme die du dir ansprichst kann ich komplett verstehen so und wenn er die nicht hat umso besser so aber wir haben natürlich in deinen beiden mails haben wir sehr wenig über ihn gesprochen also das ist das deswegen fällt mir auch ein bisschen schwer da so richtig gefühl für zu kriegen weil ich nicht so richtig weiß wo trägert er das vielleicht auch durch sein verhalten ist er wirklich nur so der arme plus bol weiß ich nicht also hört sich also zumindest entstehen da so gewisse fragen zeichnen bei mir im kopf weil er konnte sich ja schon ganz gut zu wehr setzen sag ich mal und ja hat ja auch einen eigenen anteil in dieser beziehung und ja also das muss man vielleicht auch mit ähm aufs trapez setzen und ich weiß auch nicht wie das so ist wenn jetzt nur du so viel an dir gearbeitet hast aber nicht unbedingt was das für eine dynamik ist aber immerhin es läuft seit einem jahr besser freut mich aber wir sind natürlich in der glücklichen lage jetzt 2022 man muss nirgendwo bleiben wenn du jetzt wenn deine seele jetzt sagt hey ich will noch weitergehen ich noch neue erfahrungen machen dann ist das total in ordnung du musst da jetzt nicht bleiben aber nochmal wirklich hut ab was du da so erreicht hast mit eigener arbeit das ist wirklich wirklich kann man nur aspekt vorhaben also finde ich wirklich großartig aber nochmal vielleicht wäre es jetzt auch im zweiten schritt auch mal wirklich gut zu gucken oder noch genauer zu unterscheiden was ist eigentlich bei mir da hast du ja wirklich viel aufgeräumt und was ist bei ihnen so ne ich meine klar du hast jetzt auch durch was ich super finde wieder ein hervorragendes einsatzgebiet für standards und dealbreaker hast du es geschafft übrigens bei mir modul eins hast du es geschafft dieser beziehung nochmal wie einen richtigen kick zu geben und das ist ja auch was ich in meinem modul eins immer sage natürlich da sage ich ja nicht trennen 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 sondern ich sage genau das guckt erst mal ob er ob sich nicht doch was ändern lässt hier und das hat geklappt und das klappt natürlich in der regel häufig sonst nicht also das hast du erreicht also so viel liebte er dich ja scheinbar so doch dass er dann gesagt hat ja stimmt so können wir nicht weitermachen und das ist natürlich also das macht also euer ablauf hatte natürlich viel toxisches aber das sozusagen so ein level in dieser beziehung ist wo 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 man sagen kann ich kann so einfach nicht weitermachen das hast du bei ihm ja auch in der letzten mail gab es ja auch mal so ein punkt wo er sagte ich kann so nicht weitermachen da hast du darauf reagiert und jetzt sagst du ich kann so nicht weitermachen und er reagiert drauf das hat natürlich auch wieder was untoxisches sage ich mal so ich hoffe dass es wird deutlich was ich sagen will also insofern hat eure beziehung hat sicherlich viel toxische aspekte einfach auch deswegen das ist ja immer für mich so der lackmus test war das hier so schlecht ging und du so liebessüchtig agiert hast oder sagen wir mal liebessüchtig weiß ich jetzt nicht schreibst ja auch nicht so genau aber ging es einfach so schlecht und dann hat es natürlich so toxische elemente auch von diesem ganzen freundschaft plus und das ist tatsächlich alles was ich nicht empfehle so aber wo eure beziehung untoxisch ist ja doch doch diese diese bereitschaft sich da wirklich rein zu hängen und auch was zu verändern das muss man natürlich schon sagen ja ich bin wirklich super gespannt auf eure kommentare und wir sehen uns bald wieder ciao bis zum nächsten Mal